am stieg lieb hier so ich würde sagen wir brechen mal bei philipp ein noch was herz und ich glaube mal ein 64er stecken holz der wird das ja sowieso nicht mehr am lieben hat genug wer hat wirklich genug was ist das für holz mal gucken der hat schon drüber ohne das ist wichtig muss ich auch erst mal klauen an 64 ganz ehrlich mich hat er auch mal bestohlen dieser sas gesicht also wirklich vor allem meine meine millionen meine das gegen die dicke melonen schon junge schon junge aber mit dem wirkenholz muss ich so sparsam umgehen weil er hat kein irgenholz mehr da aber junge hast du etwa noch essen für mich ja ich hab noch rot wie viel ich habe insgesamt 13 rot ich kann dir ein bisschen was abzwicken na gut dann gehe ich schnell auf die pelsensoren holen mir was hey wieso ich habe meine eigene fahrt und wieder brot und nach so was wir sind die reiche ok dann geht er ich habe mein zu warum ich damals mx einen keller gemietet habe nur für eine farm ja ich habe meine bude meine kiste eine toilette und meine farm hey du wehrst sachen rum ist dir das aufgefallen was du denn für ein arsch du standest du standest beim abbauen leider gottes im weg weil du meine ganzen sachen im wasser ich wollte gerade sagen die hälfte deiner sachen liegen jetzt genau da unten ja du hättest mir ruhig sagen können dass du so am arsch bist wenn ich mal hunger hab hier irgendwo das ist noch oder das geht ja noch ja du kannst gerne schon mal das brot hinlegen ja scheiße das ist eiche ich lege da vorne hin da muss jetzt genügend sein dann legen wir auch gleich den zaun hin die du mir noch geben wolltest ach ja stimmt dein zäun nein er da läuft jemand auf die brücke nicht dass er nachher das brot stellen ich glaube dein brot ist gerade weg gib mir jetzt mal das zeug hallo was machst du jetzt deine bezahlung thank you my girl thank you oder war das das falsche das waren 17 stück ja aber was ist das springer hier schon verbraucht also den ich aber brauchte warte 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 du hast keine eiche du hast fichte nein man das ist eigentlich wenn ich dir das sage aber ich habe ein alter wo sind dann meine fichte ihnen aber ich habe hier noch 52 eichen er gibt noch den rest ja ich habe vergessen ich will aber wir haben ein specielger ist mit namen start ja ich habe nur ein echter deswegen sagt lieber mannig also tschüss egal egal farm im anderen auf einmal den server verlassen ich habe keine lust mehr ich musste mein körper blieben ja verloren damit unser kanal ja und das kann sich gerne frisch erstellen junger als ob es sei es ja nächstes mit der bierke fahren lieben doch noch ist ja wie ehrlich das selber geht richtig den bach runter die ganze zeit werden nur beim ratus irgendwelche sachen kaputt gemacht gläser ich habe mich noch ich habe mir noch gewundert wurde auf einmal hin ist jetzt auf der server so wird einem wach untergeht ich habe jetzt einen druck meine diamanten fünf diamanten dafür hinzuschmeißen nur damit nicht ein zauberzustellen wird der braucht der koste nicht fünf diamanten ja aber ich brauche noch eine spitzsacke dazu warum willst du nicht wieder kehrt rein aber doch gerade ein diamant umstuldigung da habe ich auch gerade eben ein diamant für ausgegeben für die jukebox damit die felsenpartys rein können boah geil alter hau mal mucke rein aber ehrlich ihr müsst das haben wir ganz tatsächlich du hast ja das ja anscheinend ist schon ziemlich viel hier gespielt du kannst du ruhig auch so fette party raum oder so installieren was dieser server unbedingt braucht also shisha bars ich baue ich baue ich baue ich baue ich baue ich baue wieder meine futter luke sagen dass man so ein futter lokal wir sind ja noch in der schule wie wir die meisten natürlich wissen und dort gibt's eben in der nähe einfach nur so ein lokal das heißt einfach nur so futter luke das ist schon mal der richtig korrekte name und da kaufen wir uns eben gerne so fleischkäse weckle wir sollten einmal nach echt mal ein steg zu einer weiteren großen insel bauen wo einfach nur so gras ist manchmal sollten wir einfach eine frische große insel selber bauen ja meine ich ja weil die haben wir echt gern platz bei mir was wir tun warum haben wir keine tiere echt einer hat sich doch gestern was gewünscht weil er gewonnen hat ja junge ich hab mir extra die mühe gemacht und hab versucht eine pilzkuh einzufangen um sie rüber zu transportieren das habe ich sogar geschafft und jetzt hat sich ein freund ein richtig korrekt ich richtig korrekt und vor allem die hat mir immer gute sagt die bodel wenn ich Hunger hatte aber sie haben mich meine Fischse gehört und hat mich wieder voll gefressen sehr widerlich da habe ich noch zu 100 melonen millionen millionen wir haben millionen hey kannst du mal den regen ab machen es wäre eindeutig ist getätet und wir nehmen hier gerade auf ich zeig dich an ganz echt wie er das alles so schlimm findet ich finde es geht wohl in ordnung fette villa ist irgendwie so eine richtig fette wähler wo noch nix eingerichtet ist die leute den es nur um die form geht ganz ehrlich ist doch gut wenn man fette Rundungen heißt Ui Mui er hat einer von euch noch ein paar man zeig es raus er hat einer von euch noch ein paar wie heißt das oh shit Creeper ne da habe ich echt nicht wie heißt das nicht mehr vorrätig boah das ist so scheiße alter heute ist aber nicht mehr gefeiert aber ich wollte mich schon mal zu und mein Schwerzverzogel alter welcher ja ich hab wir müssen unbedingt in den Klasse bauen sonst fand's ja das entspünscht das ist jetzt so geil wer steht zum Tor mit Tisch richtig korrekt hey Samix hast du noch so Dinger hier hier guck mal sowas wo ich stehe sowas hier diese Stufen da das werde ich wohl was kosten dann mach ich das mal hast du noch Quarz ne wahrscheinlich nicht so selten wie ich auf dem Server bin Quarz ich finde es auch echt gut dass ich so selten auf dem Server bin ich finde bei euch ist echt die Luft raus ihr habt schon gar keinen Spaß mehr dran ich liebe so brutale Special Guests ganz auf Nico ich finde es auch selber dumm wie einfach diese Tüfte dieser Fichter walker mit so Bogen und so äh Farben geht man nimmt doch nicht den allerstärksten Bogen der so eine Feuer und Stärke 5 drauf hat zum Farben mit wo du genau weißt dass man da sterben kann ist schon so aber ganz ehrlich sowas kann man ja auch mal vergessen erstmal schön schnell frisch wegzulegen ich hab für extra nur extra so einen Bogen mitgenommen der so Stärke 2 hatte der so richtig scheiße ist hast Stärke 2 ich kann mir gar keinen Bogen leisten kann dir eigentlich denken der fast kaputt ist mit Stärke 2 glaube ich ja ok ich spendier ne warte ich meine du spendierst ja mein guter Bogen das war ich auch nicht so gut als Stärke 2 ich bleibe dafür noch im Schloss 2 das heißt der tritt wie noch weg also ich würde sagen die Zeit ist vorbei und das war's für diese Folge gibt einen Daumen hoch wenn es euch gefallen hat wenn nicht dann nicht oder gibt einen Daumen runter wenn es nicht oh ich will jetzt auch entschuldigung ah ah alles klar und äh national ja leute wie ihr ja schon gesagt hat lasst dann direkt da unsere Zeugs wir sehen uns bei der nächsten Folge wenn es wieder heißt minecraft voila voila also bis dahin voila bis dahin tschüss Leute heide heide im Getreide tschüss